Willkommen zurück. Ich bin gerade am Braten hier, ne. Das ist ja schwarz bis dahin. Noch eins. Ah, er hat nämlich Hunger. Er verhungert uns nämlich gleich, der Kuliche. So. Dann gehen wir noch mal einen Schluck trinken. Und dann gehen wir jagen. So. Schauen wir ihn noch mal rein hier. Hm, na ja gut. Um zwei kriegst du noch, bin ich so. Oh, da musst du aber, jetzt hast du aber genug hier, ne. Reinhold ist da. Das kannst du dir drüben holen. Habe ich doch mal, dass er sich das aus der Scheune holt. Was machst du denn? Warum lädt schon rum? Hast du keine Exce mehr oder was? Dann wird das mal hier oben anzeigen, ne. Dann hat er noch zwei drin. Gut. Bei dem wird er hier oben gehen, ist das natürlich auch nicht so eine, so eine Wende, ne. Achso, ich habe nochmal umgestellt, dass ich mit dem Kopf lenke, ne. Nicht mehr hier. Da kann ich mich jetzt hier, ne, äh. Wo ich konzentrieren. Da kann ich die Steuerung nochmal angepasst. Ist das eine Hose? Nö. Hm. Wir müssen das wieder regnen heute, ausgerechnet heute. Wir haben doch jetzt kein Herbst, das ist doch, ne. Oder was das Herbst ist, ey. Und so schnell rum, die Jahrzeiten. Das muss ich aber nochmal umstellen, du. Da müssen die ganzen Hosen, die immer waren. Hm. Weil den Breitkennjagdvieh. Hier war ich noch ein Bär. Natürlich im Esser, ja. Und den will ich jetzt aber nicht jagen, unbedingt, ne. Äh. Man macht bestimmt schön, aber... Da kann ich mal einen Schuss abgeben, guck. Hm, hängst du fest, kann das sein. Oh, da draht es nicht übers Wasser. Hm, weg, 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 weg. Der ist bestimmt stinksauer. Lauf, Kollege, lauf. Ja, da draht es nicht mehr noch. Ja, da draht es nicht mehr noch. Hm. Nur schön zwischen Bäumen rennen, ne. Nee. Woher hin? Abgehängt, drum gefallen. Hm, woher hin? Ah, das bludelt aber noch. So leid, Bär, aber wir müssen jagen, wir brauchen Essen. Wenn wir dich nicht in der realen Welt jagen, ist ja alles gut, ja. Ja, lauf, 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 lauf. Für den Rückspiegel hier, dass du gucken kannst. Hm. Fluchspuren sehen wir noch nicht, ne? Ne. Jetzt ist er gerade, ich habe ihn gerade gesehen, mir umgequellnt. Ja, da haben wir eigentlich auch schon genug Fleisch, ne. Würde ich mal behaupten. Ein armer Bär. Was? Zeig ich nicht mehr oder mehr, oder was? Hm. Das ist doch nicht mehr zu viel. Ich habe gerade eine Hülle gesehen hier. Würde ich auch mal reinschnecken. Wie viel Fleisch gab es denn? Na, der Pär war halt kiebig. 80 Fleisch, das reicht erst mal. Gibt es denn hier drin, ja. Man sagt lieber meine auch, ne. Na, da ist ja noch dunkel hier. Die Banditen hier aus, oder was? Was ist denn durchgekommen, oder was? Das hört nicht auf, da regnen. Oh, du bist überleiden. Ich jage Gebiet, okay. Oh, Bären. Nö, wir haben genug Fleisch jetzt erst mal. Die haben ja eigentlich keine Punkte gekriegt jetzt fürs Jagen. Äh, Applaus, äh. Nö, ob es sich blöden. Falsch gut. hier geht es nachher, also hier gibt es einen halben Stein, wenn man welche suchen und die Holzarmbrust ist bald kaputt no? äh, ähm eh? hallo? oh, nicht wahr, da müssen wir auch noch kaufen na, da müssen wir auch wieder fahren dann, ne, später mal hm, nicht den Sack, aber da waren wir glaube ich schon mal, ne, da kommt doch die Erze, na, der ist leer hm, komm jetzt aber brauten, du 800 mal Fleisch jetzt kann ich einfach aus Haß braten, okay naja, für mich freue ich mich Punkte sammeln, Robert mhm Könnte ja jemand eine Feldarbeit abstellen. Unser Stück schafft es da noch. Aber eine Nahrungsscheune müssten die sich doch selber das Essen rausholen, oder nicht? Haben wir doch schon eine Nahrungsscheune. Ja ja, bleibt ruhig. Jetzt bin ich schmutzig mit einem oder was? Na komm, geh marsch mal. Essen brauche ich nicht, da haben wir vorher noch eines. Nein, nein, nein. Nicht nur noch schlafen. Na, das kann ja dauern. Jetzt ist das Feuer aus, oder was? Hä? Das Feuer aus, dann bricht es trotzdem. Hm, nur gut. Man kann hier doch nicht führen, ne? Ja, öh. Vielleicht ein wenigstens leichter. Ne, ne? Auf dem Abbrechen. 20 Fleisch. Zähne für ihn. Zähne für ihn. für mich was ist denn nur wieder mit dem controller und damit hat er aber eigentlich genug, der Kollege hier Material, hatten wir nicht eine Nahrungs... haben wir die noch nicht gebaut Nein, nicht Holzschuppen hier ein Lager, Nahrungslager soll das das da hinten sein? Ne, das ist die Kräuterhütte haben wir noch keinen Nahrungslager gebaut ach ne, das ist ja das Nahrungslager, stimmt, das haben wir neben die Jagdhütte gebaut jetzt hätte ich ja wieder festen ja, ja 18 Holt Stämmer hat er geholt, hat Kollege jetzt muss ich mal das Fleisch hineinschmeißen so oh, nehmen wir 10 Stück raus dann machen wir die Holzdings fertig drüben holen machst du das? Fällt mir warte das innen wir nachher gut das hat er noch was warte das noch gut das ich hab noch ein Nahrungslager 15 Minuten noch drei holzstämme, dann ist das ding ja nicht fertig das nahrungslager dann auch endlich fertig und so geht's, können wir das essen da rein tun dann werden wir dann in die küche auch irgendwie gleich hier in der nähe bauen das problem ist nur holt er sich da selber raus dann das essen das wird mich noch interessieren da haben wir bestimmt noch pelze gekriegt hier, 30 pelze gleich lasst mal über so 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 ich zeige mal her, was können wir jetzt machen mit dem ja häuser, brunnen, die Lager das müssen wir hinzuweisen, ne? ne hemmung, ja klar ach, hier kann ich gleich gucken was in der Truhe ist, ok, das ist eigentlich schlecht, ne? ja 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 ok gut zu wissen was haben wir von Technologien neu gekriegt einfaches Haus war's, ne? die Kräuterhütte, hm und dann müssen wir auch schon mal jemanden einstellen Armbrüste geht ja hier nicht zu bauen das war bestimmt die Jagdhüte 2 ja oder nö wo kann man denn Armbrüste bauen Langenbogen Rekordsbogen ja was das halt erstellen kann Windenhülle, Werkstatt, Küche Haferbeil, Rockenbeil, cool, super ja da müssen wir auch schon mal das Lager hier, das Feld machen Landwirtschaft quasi also bauen wir wieder Dünger ok und dann irgendwie auch Honig besorgen nochmal zurück ins Dorf, gucken mal ob wir nochmal Honig kriegen wenn es jetzt nicht in der Dunkel wird ich sehe immer keine Zeitangaben hier, gibt es wohl keine oder was so der Weilequiste dann gleich gewaschen, wenn wir durchs Wasser gehen hoffe ich doch, dass es so funktioniert also muss dann in der Nähe jetzt ist es dauerne, genau die Honigwabe und dann die Honigwabe Hm, hier macht schon mal alte Feierland. Ne, ist noch da. So, wir könnten Honigwarben haben. Mern nicht, ja hier vielleicht. Hm, war nicht. Mern. Honigwarbe. Knippen. Komm so, noch kein Klingkohle. Na, was ist denn jetzt mit dir? Den Controller, den muss ich unbedingt machen. Wenn es Zeit ist. Honigwarbe, hier haben wir doch. Eine. Reicht. 15. Na, her damit. Gut, Dankeschön, da wollte ich nicht. Vielen, vielen Dank. Kann sich drauf stechen lassen von Bienen. Bei den nächsten Honigwarben. Wo wird er denn jetzt hin? Ist er das nicht? Nein. Wie machst du das? Hm. Das ist jetzt mal was, das Ding. Das ist gesprichert, das schon mal, ne? Hm. Gut, Glückwunsch. Dramatisch, es regnende Pitchbox. Ich habe eigentlich keine Heilmacht. Hm, nein. Was ist eigentlich drüben, ne? Hm? Aha. So, hier. Oh, ich bin hergefallen, ne? Wie ist das? Wie ist das? Du sollst keine große Angst haben, wenn jedem passieren könnte, hm, hm. Wir sehen uns morgen. Wir warten auf den nächsten Tag, das ist okay. Aber es muss auch kleben, den Nopf. Deswegen, dann gehen wir noch mal ins Lager. Hatte ich keine Kräuterhütte gebaut. Was machen wir jetzt, bauen wir die Kräuterhütte oder die Küche? Kräuter sind wichtig für den Winter, oder wenn wir verletzt sind, aber Essen ist ja noch wichtiger. Schaffen wir ihnen auch schon mal noch jemanden hier und brauche ich dann noch mal. Eigentlich könnte ich es noch mal in der erste Hand nehmen. Limp, Limp, Limp. Limp, Limp. Limp, Limp. Ich würde gerne endlich die Kräuter verlassen. Ich habe das nicht mehr verletzt. Limp, Limp. 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 wohl ja so arbeitsplatz ja holzschuhen oder jagdhülle oder brunnen im brunnen da fehlen uns ja wieder die hier fehlen zwei könntest du jetzt hier rein schätzen ok machen wir auch mal ein ohne fälle natürlich dann oben so ich werde jetzt ein hier wegen weise machen soll ein material durch 38 wird wie wird auch ein schon der bedürfnisse so ich dachte schon und dann wenn einmal der google deine jagd soll es da reingehen messer brauchst du nur und du sollst holen ne was trockenfleisch was sie kein trockenfleisch machen und dann machst du erstmal trockenfleisch leute so jetzt noch mal von vorn hallo was ist denn heute noch los hier mit dich controller mann so 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 Asiat kohd. so herr und roda riecht mich langsam und den werde ich gleich im anschluss machen ja so nur noch mal hier 30 50 den restlichen werden dann noch aussuchen was du machen kannst du kannst du zum beispiel noch da passt der metter ne feld haben wir ja erstmal ja das mal so oder hier federn könnt ihr gar keine feine machen wo du hast machst du ja fleisch so gut da tue ich dir gleich rein. Da ist noch Steinmesser drin, also holt sie sich das selber raus. Okay, ein Steinmesser ist drin. Gemeinsam müsste das doch jetzt alles verschwinden, genau. Okay, alles klar. Da haben wir noch mal ein kleines Messer. Stock und Stein, so soll es sein. Ich mache gleich noch den Controller, das ist ja sattredend. Aber ich werde die andere Brille anschließen. Mal auspacken das Ding. Dann machen wir da ein paar Messer rein tun. Wenn es mal so ein bisschen vorwärts geht hier. Da müsste sie quasi das Essen ja dann selber machen. Trockenfleisch, müssen sie erstmal Trockenfleisch essen. Ist ja erstmal, ne? Kannst ja nicht erinnern. Ist dann erstmal so. Dann werden wir uns nächstes mal um Dünger kümmern. Und ein paar Samen. Müssen wir da mal vorwärts kommen. Oder müssen wir ein paar Felder machen. Eben durchhaken. Da haben wir da mal richtig viele Steine rein. Wenn ich mal ein Steinmesser rein. Dann machen wir noch mal. Dann machen wir noch ein paar Ecks daneben her. Bei ihm. Dann werden wir dann nächstes mal die Kräuterhüte noch bauen. Da sind wir abgeschweift vom Weg, glaube ich. Dann gehen wir erst rum hier eine Menge. Es geht rein und raus. Aber ne, 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 ne. Ich gehe jetzt nicht hier. Aber das könnte ja die Frau machen, ne? So, was brauchen wir eigentlich um einen Bogen herzustellen nochmal. Wenn wir mal einen Stopf hätten, ne? Oder sowas. Aber möchte ich überladen. Wenn wir mal eine Fünfe machen, reicht eins für dich und die Vierer für sie, ne? Oh, dass es nicht laufen kann, ist es nebenher. Noch ein paar Sprecken. So, jetzt aber. Nü aber. Du denkst mit, du hast noch Steine, ne? Für extra. Oh, hier könnten wir auch noch Schöpf holen. Kann ich jetzt mal davor raus, siehst du? Da steht ja jetzt da rum. Was ist los? Wo war ein Harberts? Was heißt da? Hm. Hm. Muss sie? Noch nicht da. Können sie eh nicht eigentlich den Bogen herstellen da drinnen? Da sind noch Sportimesser rein. Ach, da sind noch Steinmesser drinnen. Da hab ich doch schon eins reingetan. Und Steinsperr. Und Stock. Hm. Das auch immer. Eins behalte ich noch. Oh, da hat sie jetzt fünf Steinmesser drinnen. Das müsste auch schon reichen, ne? Gut. Holzstamm und zwei Leingarn. Okay. Puh. Sie macht ja hier, ne? Da setzt man die Kräuter wieder noch mit hier dazu. Die Scheune muss ja dann da hinten irgendwo mit hin. Na, da wo wir das Feld schon hingebaut haben. Na gut. Da haben wir was gequestet. Haben was abgegeben. Haben was fertig gebaut. Und haben nochmal eine Frau hergeholt. Und die langsam mal auftauchen müsste. Ja, das steht schon drin. Wo ist sie hin? Hm. Die sind da oder was? Nö. Okay. Und einmal muss ich da nochmal verkaufen gehen, ne? Gut. Dann wirds doch langsam. Und ein paar Wege bauen und so. Na, das kann man ja jetzt noch nicht. Dann müssen wir auch mal hier, ne? Plantagen. Plantagen. Okay. Na gut. Dann wird euch auch Spaß zugucken, ne? Bis zum nächsten Mal. Wir gehen schon ins Bett. Uhuhuhu.